Hey, was geht? Ähm, heute haben wir verliegen Murphy Kuma mit dem Spot an. Da hab ich mich mal gespannt. Was haben wir hier zu gehen? Hast du tatsächlich meine Maske? Was ist das denn? Und? Genau. Oh wow. Oh wow. Huch war's Huch war's Huch war's Huch war's Huch war's Huch war's Huch Und jetzt zu 3 krassen Spielzügen aus dem Fußball mit denen die Spieler wirklich alles auseinander genommen haben Einer davon stammt übrigens vom bekannten Wunder von Bern Achtet genau drauf Hm? Hm? Und Ungarn Sturm! Tosic, sie müssen schießen! Nachschuss, Busta, Sturm! Jetzt schon makel an. Und jetzt Sturm! Sturm! Ohhhh! Viele Basketballer vergessen ja bekanntlich manchmal dass ihre Sportart eine Teamsportart ist und fallen durch egoistische Aktionen auf. Nicht diese Spieler hier. Die haben das Teamspiel aber so richtig drauf. Damit verwirten sie ihre Gegner maximal. Moment mal! Aber die hat Bild fand ich die bisschen höher. Ich muss auch fallen. Hm. Ein bisschen zurück. Ok. Ich glaube viel besser schon. Ich glaube viel besser schon. Viele Basketballer vergessen ja bekanntlich manchmal, dass ihre Sportart eine Teamsportart ist und fallen durch egoistische Aktionen auf. Nicht diese Spieler hier. Die haben das Teamspiel aber so richtig drauf. Damit verwirten sie ihre Gegner maximal. Super. 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 3-2 statt 1 Punkt. Und damit verhalf er seiner Mannschaft spektakulär zum Sieg. Das war genial. Nicht weniger spektakopulär war dieser Touchdown bei einem American Football-Spieler. Der Spieler Jerome Simpson machte über seinen Gegenspieler hier einfach einen Salto. Darauf muss man erstmal kommen. Wir bleiben jetzt noch kurz weiter. Dieser American Football-Spieler hat die Ball mit einem unglaublichen Move gesaved. Sein Körper war eigentlich schon außerhalb vom Spielfeld, aber der Ball nicht. Ein echt schlauer Schachzug. Nun rüber zum Eishockey und diesen zwei unfassbar gut ausgeführten Penalties. Schaut genau hin, wie der Spieler seine Schläge zuerst ausführt und dann nochmal antäuscht. Da hat echt kein Torwart eine Chance. Da hat echt kein Torwart eine Chance. Ohhhh. Das ist schon mal. Hier direkt noch einen Moment zum genauen Hingucken. Achtet vor allem auf den Basketballer oben links. Um seinen Gegner zu verwirren, wirft er seinem Gegner den Ball zwischen die Augen und verwandelt ihn danach. Jensen Richardson hat ein Flashback. Und das ist ein Playground-Flashback. Bouncing right off the head, gibt ihm ein Jumpershoot. Kevin wird sagen, right! Well, Richardson hat 7 Threes. Fahrradfahren ist normalerweise eine Sportart, mit der man keine besondere Taktik benutzen kann, sondern einfach nur schnell sein muss. Aber der Fahrer Michael Guerra hat lange getüftelt und inzwischen eine perfekte aerodynamische Position für längere Abfahrten gefunden. Und das ist schon mal. Und das ist schon mal. Tatsächlich passieren Momente, in denen Sportler ihre krassen und intelligenten Taktiken zeigen, oft beim Fußball. Bis dann was eigentlich Metern und Freistoß. Bei denen entschieden wird, welche Mannschaft gewinnt und welche verliert. Hier sind 5 von solchen Momenten. Diese Mannschaft hier tat so, als ob sie sich nicht einigen könnten, wer den Freistoß schießt. Das hat die Gegner wirklich maximal verwirrt. Zieht euch jetzt mal diesen Taktik von Cristiano Ronaldo rein. Noch dazu war der Schuss nicht abgesprochen. Ronaldo hatte Flugband offenbar genauestens antizipiert und sich blitzschnell in Stellung gebracht. Manche haben aber tiefer. Hier direkt ein ähnlicher Moment von einem Frauenfußballspiel, bei dem ein Elfmeter anders ausgeführt wurde als normal. Diese geniale Taktik haben die Gegnerinnen beim englischen Spiel Arsenal gegen Nutscouti nicht kommen sehen. Ich sag euch was, es ist nichts besser als ein Setpick wie das, die arbeiten und rauskommen. Und das ist, warum die Mädchen so glücklich sind. Und das ist, warum sie auf die Benche zu gehen, weil sie das natürlich praktizieren und es praktizieren. Jetzt zum vielleicht intelligentesten Moment in diesem Video. In diesem Spiel wollte ein Fußballer einen Trick benutzen und unter der Mauer durchschießen. Das hat einer seiner Gegner aber kommen sehen und achtet genau darauf, was er sich hat einfallen lassen. Und als letzten Elfmeter-Moment beim Fußball hier noch dieser extrem kreative Spielzug von zwei Spielern der Rotmannschaft bei einem Amateurspiel. Was für ein legendärer Schuss. Nun aber wieder zu anderen Sportarten, wie zum Beispiel Baseball. Dieser Spieler hat eine ganz neue Taktik entwickelt, an die keiner zuvor gedacht hat. Warum den Ball nicht einfach schießen, anstatt ihn zu werfen? Und auch dieser Basketballspieler hat sich eine ganz neue Strategie anfallen lassen. Aber seht selbst. Aber die beiden Läufer, die jetzt kommen, sind nicht weniger schlau und hatten, um ihr Rennen zu gewinnen, auch echt intelligente Schachzüge auf Lager. Der erste Läufer gewann einen Hürdenlauf dadurch, dass er mit dem Kopf voraus über die Ziellinie sprang. Diesen Mut muss man echt erstmal haben. Genauso schlau machen diese beiden Brüder bei einem Langstreckenlauf. Als sie beide mit ihren Kräften am Ende waren, halfen sie sich gegenseitig und gelangten so doch noch ins Ziel. Schaut euch, bevor wir zum letzten und vielleicht spektakulärsten Clip kommen, noch diesen Footballspieler an. Er versteckte sich im blau gefärbten Gras, um sich zu tarnen und von den Gegnern nicht erkannt zu werden. Echt keine Ahnung, wie er darauf kam. Hä? Schaut euch zum Schluss mal diesen Skispringer namens Stefan Kraft an. Um nicht disqualifiziert zu werden, versuchte er mit aller Kraft, dass seine Hände nicht den Schnee berührten. Er lehnte sich mit dem Rücken bei der Landung so weit zurück, dass er fast den Boden berührte. Übrigens war das auch der Weltrekordsprung im Skifliegen überhaupt mit 253,5 Metern. Eine echt krasse und Intelligentsliste. Er wird das Wort auch nicht. Und das war es auch schon mit 22 der genialsten IQ. Ja? Ähm, noch eine Sache mit dem Saison. Ja, ja. Ja, ich mach's mal weg. Puh. Jetzt hab ich die Produkte gebildet. Ja, guck mal. Hm. So, das war's mit dem Video heute. Hm. Dann war das fertig. Ah, versuch ein bisschen Zeit zu schinden. Mal ein bisschen kurzes Video. Ähm. Ja. So schaust du noch fröses Halloween heute? Bis dann morgen wieder mit einem neuen Video. Bis dann, tschüss. Ja. 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 Ja.